Wenn ich mal hier ein bisschen mit Waffengewalt durch... Jetzt haben meine Arme noch mal überlebt. So, jetzt bin ich im Rückweg, ne? Sie ist müde. Lara, wo zum Teufel bist du? Oh nein, was ist denn los? Wir werden angegriffen, wir brauchen Hilfe! Verdammt, nein! Ich muss sofort zurück. Kein Problem. Achtung, sie sind am 4! Oh scheiße, Feuer, Feuer! Jola, Hilfe! Wo bist du? Verdammt! 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 Okay, ihr Schweine! Ist das alles, was ihr drauf habt? Jetzt komm ich! Hä? Reyes, du bist verletzt! Na komm! Danke, danke! Weißt du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen! Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Miss Pires. Hätten wir dir nur... Scheiße! Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, aber... Du hast doch die Stürme gesehen! Sie greifen alles an, was sich nähert! Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter bist. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes. Aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. Okay. Jetzt gibt's Geschnetzeltes. Okay, Lara. Haben wir alles. Bereit bist du hier einfach an Bord. Fackeln wir jetzt nicht ab hier. Kampffschrotflinte. Was kann eine Kampffschrotflinte? Trommelmagazin? Trommelmagazin? Freuelsorgt. Zwölf Patronen. Ah ja, okay. Ich brauch eigentlich jetzt der erste Mord. Mein Bügel. Ich will die Anschlüsse beim Einschlag explodieren, da muss ich unbedingt an. Wie aktiviert man das? Standardmäßig oder was? Hä? Warte mal, warum geht das nicht? Warte mal, was muss ich da machen und ich stehe irgendwas falsch jetzt? Hier. Kann nicht sein, dass ich die finden muss, oder was? Ah ne, Moment. Jetzt, jetzt, jetzt ist das drauf. Boah, fett! Los geht's! Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört? Hören die Stürme auf. Klar. Und was will Matthias von Sand? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir's durch. Los geht's! Los geht's! Nein. Du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen. Und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Er schießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel, du schaffst das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. Ja, jetzt geht's ab. Das sieht nicht gerade sehr freundlich aus hier. Das macht aber gar nichts. Denn ich bin auch nicht mehr freundlich. Ach. Dezember. Auch beide Dippe. Was zur Hölle tust du, Whitman? Wer sind diese... Die Sturmwache. Leute? Sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah, klar. Natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stimmen zu tun. Uh, das wird ein Award, James. Was macht er da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Oh nein. Die Königin. Die Königin. Die Königin. Oh nein. Die Königin. 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 Okay, das ist jetzt schon vielversprechend aus. Die Sturmwache schützt nach all den Jahren immer noch ihre Königin. Nee, hoffentlich krieg ich die schnell. Oh shit. Bin ich jetzt ganz doof? Bin ich jetzt weg? Man, man, ich will nur von der Insel, der andere will der Machtbesessene. Ach du Scheiße. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Jetzt weiter. Ich glaube mal nicht, dass ich mich gegen die anlege. Anlege. Haben die mich jetzt gesehen oder? Nee. Okay. Okay. Scheiße. Ich muss jetzt nicht hier runter gehen. Oh shit. 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 Ja, ne, ist klar, ne? Ah! Lauf! Ne, ich muss wieder laufen, das ist klar. Okay. Jetzt hat sich wieder verletzt. Super gemacht, ey. Super gemacht, ey. Machen wir es halt so. Wie können Sie noch am Leben sein, nach so langer Zeit? Ja, das frage ich mich auch. Die Insel hier stimmt was ganz gewaltig nicht. Sehr schön. Das Gebet, das ich bei dem General gefunden habe, sagt, dass eine Seele in einem verwesenden Körper die Stürme hervorrufe. Er muss damit die letzte Sonnenkönigin meinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam damit verbunden ist und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Whitman. Nur würdest du eine Story alles tun. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualtamer. Neun von zehn. Oh je, da habe ich nicht mehr viel zu spielen wahrscheinlich. Neun von zehn schon ihre Tagebucheinträge. Komplett weggefeetzt. Ich weiß nicht mehr, wie groß meine Fischplatte jetzt noch frei ist. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich da noch großartig weiterspielen soll. Wisst ihr, wenn es nämlich gerade spannend wird und die Fischplatte ist, dann fuhrt. Jetzt habe ich ja jetzt doch noch ein paar Stunden gespielt. Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Hä? Deswegen spiele ich dann das nächste Mal nämlich weiter, obwohl ich so gern weiterspiele würde. Das finde man echt klar, weil... Okay. Alles klar? Da würde ich sagen. Wollte ich echt zu... Soll ich noch weiterspielen? Ne, komm. Das dauert das. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht und die Fischplatte ist vielleicht kurz vorm Exodus. Und das wäre dann echt schade, wenn das irgendwie jetzt... Deswegen, ne, komm. Vernünftig sind. Okay. Ich hoffe, es hat euch bis dorthin gefallen. Ich war jetzt in der Aufnahmeperiode ein bisschen ruhiger als sonst. Das war aber, weil das Spiel echt so die ganze Zeit mit Action bepflastert ist. Jo, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ich würde sagen, wir, ich denke mal, das letzte Mal. Nächste Aufnahme wird wahrscheinlich die finalen Aufnahmen sind. Okay. Bis zum nächsten Mal. Und dann wieder. Okay. Und dann wieder.